Ja, wie wird Monat November? November ist ein starker Monat. Ich habe schon mal Videos darüber gemacht. Um was geht es im Monat November? Geht es um Entscheidungen. Eine Entscheidung treffen, dich festlegen. Warum das wichtig ist? Weil, wenn du selber deine Entscheidungen nicht triffst, dann wird es über dich entschieden oder du wirst gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Also prüfe in deinem Leben, welche Entscheidungen sind fällig, welche Entscheidungen stehen an, welche Entscheidungen musst du treffen, ob das jetzt Richtung Partnerschaft ist oder Beruf oder irgendwelche Lebensgewohnheiten. Das kann alles betreffen. An erster Stelle geht es darum, dass du dich für dich selber entscheidest, für deine Seele, dich entscheidest. Meine Seele ist mir wichtig und ich tue alles für meine Seele, damit es meiner Seele gut geht. Das ist eine Entscheidung, die wirklich fallen sollte, falls sie noch nicht gefallen ist. Weil viele Menschen verraten ihre eigene Seele, viele Menschen handeln und denken und fühlen gegen sich selbst, gegen die eigene Seele. Mein Gott, wenn du deine Seele nicht hilfst, wer soll da deine Seele helfen? Ich kann dir helfen, aber dann musst du mich um Hilfe bitten, also das kommt immer von dir. Es muss von dir kommen, wenn du dir selber nicht hilfst. Es ist niemand da, der dir hilft. Entweder hilfst du dir selber, wenn du weißt, wie und wenn du das kannst, oder du holst dir Hilfe. Aber tu was für dich, bitte tu was für dich. Diese Entscheidung muss getroffen werden. Weil wir werden immer mehr und mehr gezwungen, in diese Richtung zu gehen und den Seelenweg anzugehen oder uns auch dagegen zu entscheiden. Die, die sich dagegen entscheiden, die werden langsam aussortiert, die werden auch viel schwer haben als diejenigen, die den Seelenweg gehen. Das weißt dir aber auch vermutlich. Das weißt du, was für dich. Dankeschön. Mal sch cabin.